Herzlich Willkommen zurück zu One Piece Pirate Warriors 2 Corrigant TV am Start. Was geht ab? Wir haben jetzt inzwischen 22 Freude-Episoden abgeschlossen. Eine mal mit A, eine mal mit S, eine mit B, weil ich auf die überhaupt keine Lust habe. Aber die werde ich noch alle auf S einmal schaffen. Und dann habe ich auch dieses Spiel wahrscheinlich auf Platin. WhiteBit haben wir noch nicht freigeschaltet. Wir haben einfach eine Ahnung gemacht. So, jetzt überlegen wir mal, wenn ich mache mein K, das nächste ist eigentlich vorgeschlagen. Die zweimal zu machen, weil wahrscheinlich dann Whitebeard kommt. Ey, das Gegner schade, der hat sich gar nicht genommen. Mein Sir Crocodile ist wenigstens schon mal auf Level 40, das ist schon mal wenigstens das gut, das heißt, er kommt wenigstens mit. Das ist schon mal gut. Klein, hohe, sieht nicht viel. Whitebeard ist da als Gegner, das heißt, wir müssen wahrscheinlich wieder Kommandantenhaus. Eine ausgewählte Freund kann natürlich nicht genommen werden. Das ist echt schade, jetzt machen wir weiter mit Zorro halt. Und dann versuchen wir jetzt erstmal Gebiete einzunehmen. Ja, das nehmen wir mal ein. Das nehmen wir ein. Das nehmen wir ein. Das nehmen wir ein. Das nehmen wir ein. Aaaah- Das ist das erste Mal, dass ich so mit Domo spiele. Das ist das erste Mal, dass ich so mit Domo spiele. Das ist das erste Mal, dass ich so mit Domo spiele. Das ist das erste Mal, dass ich so mit Domo spiele. Das ist das erste Mal, dass ich so mit Domo spiele. Das ist das erste Mal, dass ich so mit Domo spiele. Das ist das erste Mal, dass ich so mit Domo spiele. Das glaube ich sehe ich nicht mehr. Das ist das erste Mal, dass ich so mit Domo spiele. Die machen das mir auch nicht. Aber, aber, aber... Das ist das Mal, dass ich so mit Domo spiele. Das ist das Mal. Ich kann dir schnell klar machen, mein Junge. Das ist das Mal. Das ist das Mal. Das ist das Mal. Ich bin schon da. Ich habe mich gemerkt, dass ist, wenn ich denерь、ource upper... Er ist ja auch gleich besiegt, Schorner. Ja, hier war es schon wieder. Das war Chosu. Habe ich es richtig ausgesucht? Mit Chohu. Dann sind wir uns auch wieder am nächsten Part. Schreibt es in der Beschreibung hin, welches wer er ist. Dann sehen wir uns wieder. Bis gleich.